es ist Hier unten ist es nochmal looting, habe hier was grünet. Advent, Advent, der Cleaner brennt. Okay, ein Holo-Visier hab ich bloß gekriegt hier. Ich hab gar nichts gekriegt hier. Jetzt konnte ich gar nicht gucken, ob der Flexo und die Arschente halt... Warum sagt ihr nicht immer die Arschente und nicht der Arschente? Pssss, ist das doch Wahnsinn. Jetzt hab ich nicht gucken, ob sie laut genug sind, das wollte ich jetzt bloß sagen. Ähm, Cleaner. Oh ja, ich muss Deckung suchen. Oh, ich bin in Obi drinnen. Merle, das hab ich jetzt nicht gesagt. Ja, das hat sie aber gehört. Oh, der ist schon tot. Na gut. Äh, Obi ist jetzt schon 10, ist ja schneller 10 geworden als ich. Ja. Jetzt hasse ich dich. Ja. Da hab ich ja Ziel erreicht, ne? Ja, Mann. Wo kommt hier was? Kann ich mal ein Scan haben? War noch. Feinde nähern sich ihrer Position. Hier, hier, hier. Links neben der Treppe. Komm, hier, von unten. Von unten kommt auch noch was? Ja, ganz vorne. Ja, ganz vorne. Oh. Okay, ich muss nachladen, Leute. Keine Munition. Bist du schlau? Okay, beide brennen, beide explodieren. Oh Gott. Es ist nur noch einer. Oh, der ist noch voll. Den kriegen wir auch kaputt. Ne, das sind noch zwei. Zwei. Kann ich mich jetzt nicht hier ran stellen? Ja, kann ich auch nicht. Wie sieht es denn bei euch mit Leben aus? Äh, voll. Ja, voll. Okay. Ich bin gleich tot. Oh. Geh weg. Geh weg. Explosier nicht neben mir. Okay, da vorne ist der eine noch. Ich hau nochmal hier den Scan raus. Oh. Hier ist es nochmal. Jaja, ich bin ja schon da. Bleib da, bleib da. Ja, dankeschön. Alles klar, den haben wir. Kannst nachladen. Perfekt. Alles klar? Ja, bei mir schon. Sehr schön. Da liegt was blaues für mich. Holst du hier mal? Wie geht? Warum will der mich um? Ach, das ist nur Kleidungsstück. Aber trotzdem. Eingetütet ist eingetautet. Jawohl, genau. Hier ist außer der Munitionskiste. Und hier bin ich übergestorben. Weil ich sie im Kontrollraum brauche um die Sache abzuschließen. Alles klar. Ne, wollen wir weiter. Aber. Ich muss hier mal kurz die Folge wählen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Warte. Er ist noch nicht fertig im Entreden. Mein Gott ist das Ding laut. Okay, ich mach mich jetzt im Kontrollraum an die Arbeit. Alles klar. Oh. Es wird gleich echt schnell echte Rute. Bitte, bei mir auch. Der Strom fließt durch die Basis, wenn ich 9 Rute. Also wird alles für eine Minute runterfahren. Je früher wir aus dieser Gruft rauskommen, desto besser. Leck mich aber Arsch. Bei den Generatoren haben sie aber richtig hingelangt. Der letzte große Hurrikan hat der Beschaffung wohl zu denken gegeben. Denn diese Babys halten einiges aus. Widerspenstige Bieste, aber vielleicht haben wir Glück. Wer wird denn mit quatschen? Ich hoffs. Ich dachte, um die hätten sie sich gekümmert. Haben wir die Fresse. Ach ja, von da kommen sie. Gut. Lass sie. Alles klar. Lass mich hier hin. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss. So, da sind wir wieder auf der Stadt. Ich begrüße den Obi. Hallo. Den Arschente. Hallo. Und den Flexo. Hallo. Wir sind jetzt hier immer noch im Viererteam mit bei Division. Wischen. Und helfen gerade. Helfen gerade. Helfen gerade Paul Rhodes. Und gerade ein Lautsteker, Mixer. Ich muss die Wischen ein bisschen leiser machen. Das ist ein bisschen laut. Vorsicht von links. Nahkämpfer. Brennt. Rot. Das ist ein Brennen. Oh. Fahne nähern sich ihrer Position. Ja. Ach, und dann gleich hartes Geschütz, ne? Jetzt wird's übel. Flexo. Ja. Egal was du da machst, pass auf, ne? Ja. Sehr schön. Über meine Schütz. Sagen sie mir, dass das ihre Leute in dem Aufzug sind? Nope. Nein, sind sie nicht. Dann sind es cleaners. Und ich bin der Marsch. Nein. Hör auf zu labern, Mann. Alter, hör auf zu heulen, Alter. Nö, das können ja nicht jeder so krass sehen wie wir. Oh, was ist das für ein Riesenteil? Der ist richtig bitter. Okay. Der ist gelber. Der ist legendär. Der ist nicht episch. Na, ich merk's grad. Wieder hinten auf den Tank, wieder auf den Tank, auf den Tank, auf den Tank. Der Typ soll wieder brennen. Äh, Leute, der kommt zu mir hoch. Ja, Erwin. Du Scheiße. Dumme Zeit, um nachzuladen, ne? Renn, 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 renn. Obi und Flexo. Ihr müsst jetzt den Dicken und es ein bisschen nehmen. Ja, ich hab grad keine Munition. Keine Munition. Ich bin leer. Achso, richtig leer. Okay. Okay. Äh, er wirft. Granate, Granate, Granate. Ei. Äh, bei mir hat's grad die Aufnahme zerrissen. Ey, bei mir hat's jetzt ein Spielfall mit zerrissen. Das ist ja cool. Warum ist das mit dem Spiel aus? Ja. Yasha. Flexo, zurück. Meine Zuschauer, ich entschuldige mich für diese kleine Eskapaden hier. Ah, ich krieg grad richtig Ärger, Leute. Flexo. Ich komm und hol dich. Ja. Ich bin gleich da. Warte, ich muss nachladen. Alter, dieser dicke Typ, ne? Koffelt kriegt jetzt noch hin. Ich seh jetzt nämlich gerade den Streep. Ja, 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 ja. Kriegen wir hin. Der Dicke ist schon tot. Ja, es ist alles tot. Sehr schön. Flexo ist wieder da. Ach so, was ich noch dazu sagen sollte. Äh, Bobi ist noch im Livestream, deswegen gibt es hier auch noch einen schönen Chat. Mit Exo und Merle, die ja hier fleißig am Schreiben sind. So, und jetzt müsste man gleich wieder was ziehen bei mir. Gucken wir mal. Genau. Aber wir haben's geschafft. Ja, sehr geil. Super. Und ich kann... Und ich hab kein bisschen Erfahrungspunkte dafür gekriegt. Ach. So, ich hab wieder 300 Schuss in meinem großen Baby. Das ist schon mal der Anfang. Ja, da würde ich mal sagen, warten wir kurz noch, bis der liebe Erwin wieder da. Verbindung getrennt. Ja, tut mir leid, ey. Ich weiß nicht, was los war jetzt gerade. Kein Thema. Ich geh mich noch kurz aufdanken hier. Hier liegt noch jede Menge Mist rum. Oh. Hey, warte. Ubisoft Club, jetzt müsste ich einfach nur bei dir beitreten, ne? Ja. Äh, äh. Kann ich gar nicht. Kann ich... Se... Äh, bin ich da noch drinnen oder nicht? Ach, du bist noch drinnen, warte ich. Ich werf dich kurz raus. Das ist ne gute Idee. Das könnte... Könnte was bringen, ne? Ähm... Wie komm ich denn nochmal aufs Team-Mate? Auf die... Auf... Auf den... Auf die Team-Register. Hallo? Ja, ich weiß es nicht. Äh, äh... Ich hab keine Ahnung. Es geht und dann Gruppenverwaltung. Oben. In der Mitte. Ach, da. Das hab ich übersehen. Ach, meine Fresse. Bin ich fertig, ey. Erwin. Ausgruppe entfernen. So. Ja, jetzt hier. Hier, ähm. Am Spiel teilnehmen. Perfekt. Hoffentlich geht das auch, solange du mich noch nicht raus... äh... Du mich schon rausgeworfen hast. Also... Ha, ist halt den Satz natürlich völlig falsch gesagt. Ich hab wurscht. Und kann ja trotzdem wieder beitreten, oder? Und was ist denn los, Exo? Alter, was macht ihr zwei da oben? Jetzt mal ernsthaft. Was wird denn das bei euch da? Äh... Exo, äh... Niemand ist eigentlich verreckt. Na gut, okay. Ich bin einfach nur rausgeflogen. Alles klar. Ähm, wir können in den Lift, ne? Eindeigen. Wartet ihr noch kurz? Ja. Die sind hier eh noch beschäftigt, hier. Verstehst grad? Wie das aussieht, ey. Ich kann jetzt nicht wirklich, äh... Warte, ich mach's von der anderen Seite. Mitschneiden, was Exo jetzt will. Obi, betrachtest du manchmal auch deinen Chat? Ja, ab und zu. Aber da wird so viel rot geschrieben, da krieg ich schon Augenkrebs. Einer von euch beiden müsste meine andere Farbe einsetzen. Bitte. Die machen Kinder. Ja, die machen Kinder. Oh, Harry. Im Halbblutprinzen. Die machen sowas von Kinder. Guckt euch das jetzt mal an. Die machen immer Kinder. Ja, ja. Die haben irgendwie 200 Game-In-Game-Kinder. Die haben irgendwie 200 Game-In-Game-Kinder. Ja. Ja.